Willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über eine Aktie und zwar Novo Nordisk. Mit dieser Aktie habe ich jetzt die 500% Total Return geknackt. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, die haben auch vor einigen Wochen die Dividende um 50% angehoben. Ist mittlerweile die wertvollste Firma in Europa. Vor allen Dingen diese Abnehm-Spritzen machen den ehemaligen Diabetes-Insulin-Hersteller jetzt zu dieser Boom-Firma. Es wird ja gerade in den USA total gehypt, dieses Thema. Und ich möchte einfach mal mit euch darüber sprechen, warum habe ich die Aktie eigentlich 2017 gekauft? Würde ich sie heute noch kaufen? Wie sehe ich so eine Aktie? Wie geht man damit um? Und euch einfach mal in meine Überlegungen da mitnehmen. Hier zum Anfang mal das 10-Jahres-Chart von Novo Nordisk. Die haben zwischendurch auch mal einen Aktien-Split gemacht. Der ist hier jetzt mit eingerechnet. Ich bin irgendwo im April 2017 eingestiegen bei 17 Euro. Ihr seht schon, die ist jetzt bei 107. Ich habe noch rund 200 Euro Dividenden in der Zeit erhalten. Und zusammen kommt man dann eben auf diesen Total Return von 500%. Ja, und ihr kann hier nochmal gucken. Dieses VEGOVI, das ist diese berühmte, hier heißt es Adipositas-Medikament. Umgangssprachlich würde man sagen Abnehm-Spritze. Gibt es auch super viele Inhalte dazu. Das wird jetzt sehr positiv auch gehypt. Die Nebenwirkungen sind noch nicht so ganz bekannt. Oder es gibt zumindest noch keine. Es ist ja ein dänisches Unternehmen. Und gerade in den USA und auch in Großbritannien ist diese Nachfrage nach diesem Abnehm-Spritzen einfach enorm. Ist übrigens schon deutlich länger an der Börse. Und das Unternehmen gibt es auch schon deutlich länger. Damals, als ich sie gekauft habe, 2017, waren sie vor allem für Insulin ein Spezialist. Gibt es natürlich Menschen, die dies benötigen. Und das ist eine relativ stetige Nachfrage. Und jetzt kam halt diese Fett-Weck-Spritze hinzu. Und hat einfach nochmal riesig den Umsatz nach oben beschleunigt. Und als erstes wollte ich mal einfach mal schauen, wie ist eigentlich aktuell mein Rational-Handeln-Score für diese Aktien? Und wie war er damals? Ich habe mal geguckt. Das letzte Mal habe ich 2021 einen Rational-Handeln-Score gemacht. Da war der Score bei 87%. Gucken wir mal im März 2021. Wenn man da eingestiegen wäre, hätte man auch schon noch eine schöne Rendite wahrscheinlich gemacht. März 2021. Ja, der war so irgendwie über 30. Also hat sich auch fast vervierfacht. Nochmal seitdem verdreieinhalbfacht eher. Da hatte ich auch keine 100% mehr im Rational-Handeln-Score. Seht ihr ja hier, da war auch der KGV schon bei 24. Das Wachstum der Gewinne war jetzt nicht so bedeutend. Aber es war eine sehr geringe Verschuldung. Sie haben immer schon sehr schön die Dividende erhöht. Und sie hatten eben eine sehr hohe Profitabilität. Dividendenrendite war da auch nicht hoch. Wäre jetzt aber durch die Erhöhung als Yield on Cost für euch doch sehr, sehr schön. Hier hätte ich auf Basis-Rational-Handeln-Score also noch nicht gekauft. Aber man hätte sich eben auch neben diesen quantitativen Kennzahlen qualitativ ansehen müssen. Und da hätte man dann zum Beispiel die Idee bekommen können, ah, okay, qualitativ ist das so eine hochwertige Aktie, dass ich da vielleicht mehr als die 100% gebe und deswegen sage, ah, quantitativ, okay, vielleicht ein bisschen teuer, aber qualitativ so stark, dass ich da jetzt trotzdem reingehe. Ich habe dann auch nochmal, ich glaube, für 200 Euro nachgekauft oder sowas, aber halt im Nachhinein viel zu wenig. Wenn sich jetzt heute den Rational-Handeln-Score nochmal im Vergleich dazu anguckt, sieht man KGV von 42. Die Wachstumswerte haben sich natürlich massiv erhöht, vor allen Dingen wegen der Abnehmenspritzen. Das EV2 Cashflow ist auch super hoch. Verschuldung ist trotzdem rar, Wachstumrate ist schön. Die Dividendenrendite ist jetzt bei unter 1%. Profitabilität war ja hoch. Die Historie wurde einmal gebrochen. Auszahlungsquote und so weiter und ist natürlich auf dem 52-Wochen-Handeln. Trotzdem, weil eben diese grünen Zahlen so reinhauen, wieder bei 87%, aber ihr seht schon KGV und so weiter nochmal deutlich geschiegen. Deswegen würde ich hier jetzt nicht nachkaufen, weil die, glaube ich, schon so Peak-Hype ist gerade die Aktie. Sie kann natürlich weiter wachsen und auch in diese Bewertung dann reinwachsen, dadurch einfach, dass die Gewinne noch weiter steigen. Aber ich habe da ja, obwohl ich damals nur rund 1.000 Euro investiert habe, schon eine relativ große Position, weil die einfach so gestiegen ist. Verkauft die auf gar keinen Fall. Bleibt da an Bord. Es verändert sich etwas großartig und bin einfach zufrieden und freue mich der Rendite. Und keine Angst, ich habe sehr viele Aktien, wo die Rendite entsprechend negativ ist. Medical Properties Trust, About You, die ziehen das schon ordentlich wieder nach unten. Aber zumindest bei meinen Pharma-Aktien App wie und auch Novo Nordisk hatte ich ein ganz gutes Händchen. Jetzt, was man auch nochmal sich anguckt, diese MSCI World Momentum ETF, sieht man, da sind die immer, die gerade viel Momentum haben. Das ist auch eine der Top-Aktien neben den Bekannten. Also auch hier vielleicht ein Indiz davon steigt gerade ganz gut. Heißt nicht, dass sie nicht noch weiter steigen soll, aber da ist dann doch schon recht viel Hype jetzt gerade in der Aktie. Aber ich würde da trotzdem nicht verkaufen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wer von euch hat denn auch Novo Nordisk im Depot und vielleicht auch zu welchem Kurs gekauft? Vielleicht hat ja jemand noch viel früher gekauft und vor allen Dingen noch viel mehr gekauft. Und ist da glücklicher Besitzer einer massiven Rendite, kommentiert das doch gerne mal unten, auch wie ihr die Aktie vielleicht jetzt gerade seht. Ansonsten natürlich nochmal der Hinweis, dass das hier keine Anlageberatung ist. Das ist alles nur meine ganz persönliche Meinung. Ihr müsst komplett selber entscheiden, ob ihr solche Einzelaktien kaufen wollt oder nicht. Und müsst natürlich auch selbst das Risiko tragen. Lest euch auch den Disclaimer hier auf meiner Webseite durch. Schaut euch jetzt gerne nochmal, bevor ihr zum nächsten Video klickt, dieses Video von mir an, wo ich euch ein paar andere Dividendenaktien vorstelle, die ich für aktuell günstig halte. Und lasst mir natürlich gerne einen Daumen hoch da. Das hilft mir auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, immer rational handeln.